Saarbrücken, 22.09. Leuchtturm ARD, Sankt Johanna Markt. Das Interesse ist riesig. Es werden ständig Gespräche geführt. Die Plakate erregnen Aufmerksamkeit. Die Menschen hören uns zu. Bei einigen muss ich aber auch feststellen, die argumentieren nach dem Motto, ihr kommt ja aus einer bestimmten Ecke. Das müssen wir noch ändern. Störe mich nicht mit Fakten. Ich habe immer meine Meinung schon gebildet. Das hat mir im übertragenen Sinne gerade ein Mann berichtet. Das hat mir gemacht. Vielen Dank.